Ich bin Sozialarbeiter, wir beide stehen ganz oben auf der Karriereleiter. Doch wie jeder andere Mensch brauchen wir ein Hobby. Nur viel tut's bisher dafür, jegliche Lobby. Vielleicht, weil dieses Hobby nicht so sehr bekannt ist, wie das von meinem Freund Uwe, der gern gegen die Wand pisst. Mein Freund Aurel und ich, wir arbeiten nebenbei in der Dachdeckerei. Meine Schwester Nicole, die heißt seit neuestem Torsten. Im Gesicht, da trägt sie anstatt Feuchtigkeits-Creme-Borsten. Nicole nimmt Hormone, das sieht man sofort. Sie betreibt auch Wrestling als Leistungssport. Ich hab sie lang nicht mehr gesehen, ich weiß nicht, was sie treibt. Sie muss wohl so viel arbeiten, dass kaum noch Zeit verbleibt. Denn meine Schwester Nicole, die hat nur ganz selten frei. In der Dachdeckerei! 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 zusammenfällt, wenn wirklich nichts mehr richtig ist für mich auf dieser Welt, dann gibt es in meinem Leben doch noch einen Sinn, dann gibt es einen Ort, an dem ich immer glücklich bin, nicht nur Hagen. Komm vorbei, komm schon, sei dabei, dieser Platz ist wie gemacht für uns zwei, in der Nachtdäckerei, in der Nachtdäckerei, in der Nachtdäckerei, in der Nachtdäckerei.